Was ist die Frage, dass Filme auf analogen Träger, solange sie nicht zerstört werden, solange sie halten, auch erhalten bleiben? Das heißt, darüber diskutieren wir nicht. Aber was ist, wenn ein Film, und wir haben das anschaulich gesehen, dass so etwas passieren kann, wenn ein Film beschädigt wird, sich zersetzt? Wie war dann vor 10 oder 15 Jahren das Verfahren, was hieß es damals, ein Sicherungspaket zu machen? Und was macht das Bundesarchiv heute? Ja, zunächst vielen Dank, dass ich hier an der Konferenz teilnehmen darf. Sie haben mir auch jetzt direkt die Schau kaputt gemacht, denn ich habe mir angewöhnt, jeden Beitrag zu eröffnen mit einem Bekenntnis zum Originalerhalt. Weil das ja das Thema oder der Vorwurf schlechthin ist für jeden, der sich Gedanken darüber macht, wie man die Dinge, die wir haben, auch in die Zukunft bringen kann, so dass sie auch in der Zukunft nicht nur als Material existieren, sondern vor allem zugänglich sind und wahrgenommen werden können. Und das ist das zweite Bekenntnis des Archivars an dieser Stelle, dass wir diese Dinge tun, damit sie zugänglich sind, weil es sonst keinen Sinn gehabt hätte. Ich habe mich sehr gefreut, dass das im Film eben auch mal so deutlich gesagt wurde. Die Situation ist fatal, denn wenn ich dem Film folge, bin ich da in eine Situation vielfältiger Aporien hineingeschleudert, die mich eigentlich handlungsunfähig machen würden, wenn ich mich jeder dieser Aporien wirklich hingebe, nutzt aber nichts, sondern wir sind im Bundesarchiv dafür verantwortlich, dass ein Teil der Überlieferung, ich mag das Wort Filmerbe oder das Kulturerbe nicht gerne, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, dass der Teil der Filmüberlieferung, der uns anvertraut wurde, nach Möglichkeit im Original so lange als möglich erhalten bleibt, aber so früh wie möglich in ein anderes Format übertragen wird oder in ein anderes Medium, mit dem die Zugänglichkeit auf Dauer gewährleistet bleibt. Das war bis vor kurzem, bis heute kann man fast sagen, die Umkopierung auf analogen Film, Aber was die Zukunft des analogen Films angeht, haben wir eben sehr viel gehört und wir versuchen deshalb uns mit einer ehrlichen Bestandsaufnahme dessen, was wir können, was wir erwarten können, was wir erwarten dürfen und auch in einer ehrlichen Abschätzung dessen, was wir mit den uns zur Verfügung gestellten Ressourcen erreichen können, tatsächlich umsetzen können. Wir werden jetzt das Verfahren ändern, das bisher darin bestand von jedem Film, zwei analoge Sicherungsstücke im Original, in Anführungszeichen Originalformat, 35 mm, 16 mm herzustellen und dann ein Benutzungsstück, das in der Regel dann ein Video war, um es damit dann Benutzern zugänglich machen zu können. Wir werden in der Zukunft auf die digitale Sicherung übergehen, was verschiedenste Gründe hat, auch, und das will ich gar nicht verschweigen, und nicht zuletzt, wirtschaftliche Gründe, weil wir mit den neuen Aufgaben, die uns auf uns zukommen, in jedem Fall gezwungen sein werden, ein digitales Archiv aufzubauen und all diese Dilemmata, die da eben, wie ich manchmal finde, etwas übertrieben wurden. Ich war sehr dankbar für den allerersten Vortrag heute Morgen, dass wir all das im Blick haltend versuchen, eine Technik aufzubauen, mit der wir diese digitalen, vor allem die genuinen digitalen, aber dann auch die Digitalisate dauerhaft aufbewahren können. Ich bin da durchaus optimistisch, weil wir mit dem Open Archival Information System, das auch heute Morgen schon mal erwähnt wurde, als Grundstruktur einen Fahrplan haben, mit dem wir auch schon seit acht Jahren auf diesem Feld unterwegs sind, und wir werden diesen Wandel vorantreiben, auch indem wir unsere Ressourcen in Zukunft auf diesen Bereich konzentrieren. Vielen Dank. Das heißt, in Zukunft gibt es kein analoges Sicherungspaket mehr. Frau Flöckinger, wie sehen Sie das? Glauben Sie, die Situation ist ja eigentlich recht gut dargestellt. Sie haben oft das Bild des drohenden doppelten schwarzen Lochs beschrieben, dass also einerseits analoges Erbe verloren geht, auch weil Know-how verloren geht, auch weil Technik verloren geht, auch weil im Grunde das Material verloren geht, was man braucht, um das zu erhalten. Und auf der anderen Seite, dass im Digitalen viele Sachen noch ungeklärt sind und viele Sachen vielleicht auch den Sprung ins Digitale gar nicht schaffen. Ist es nicht vor diesem Hintergrund eigentlich eine zumindest in sich schlüssige und konsequente Strategie, die Herr Dr. Hollmann da beschreibt, zu sagen, gut, dann setzen wir für das, was jetzt zu verschwinden droht, auf die neue Technologie und konzentrieren auch unsere Ressourcen darauf? Also grundsätzlich ist eigentlich dagegen nichts zu sagen, dass man halt einfach sagt, okay, wir digitalisieren, weil Digitalisate, das ist das zukünftige Medium und wir werden, damit können wir die Kulturgüter eigentlich auch zirkulieren lassen. Also wenn wir Filme haben, dann sitzen die vielleicht irgendwie auf den Tablaren in den Archiven, aber sie sind nicht mehr zugänglich, weil wir auch die Technologie in den Kinos nicht mehr haben. Ich möchte ein bisschen noch den Blick erweitern, weil wir sprechen eigentlich immer nur davon, dass wir erhalten müssen, aber wir sollten uns auch die Frage stellen, was erhalten wir? Und da stellt sich für mich eigentlich die kritische Frage, denn was wir auch reflektieren müssen, ist eben den gesamten Digitalisierungsprozess als solchen. Im Unterschied zum Beispiel eben zu geschriebenen Texten, die wir digitalisieren können und wo wir die Informationen vollständig erfassen können, ist das beim Digitalisieren des Films nicht möglich. Also die Digitalisate sind Reduktionen des Ausgangsmaterials, also wir können nur bestimmte Informationen aus dem filmischen Ausgangsmaterial herauslesen durch die gegenwärtigen Digitalisierungsprozesse und diese Digitalisierungsprozesse sind ungenügend charakterisiert und sie sind ungenügend reflektiert. Und das ist für mich eigentlich ein wichtiger Aspekt. Um die Digitalisierungsprozesse eigentlich umfassend zu gestalten, müssten wir vielmehr auch die materiellen Eigenschaften des Films abbilden. Also wir müssten auch, also der Film besteht aus einem Trägermaterial, er besteht aus Farbstoffen, er besteht aus Emulsionen und so weiter und so fort, aus Zwischenschichten. Und wir müssten im Grunde genommen alle diese Informationen, sowie auch die Randinformationen, das haben wir auch gesehen in dem Film, also der Kollege Joe Willemann aus der Library of Congress hat gezeigt, wie man eben auf der Randinformation eben auch Informationen findet über die Genese des Materials, also in welchem Jahr ist es entstanden, was ist das für eine Kopie, wie ist die Geschichte der Kopie, von welchem Negativelement stammt sie und so weiter und so fort. Das sind alles Informationen, die wir verlieren, wenn wir mit einem unreflektierten Digitalisierungsprozess diese Elemente abbilden. Und daher denke ich, also für mich gibt es eigentlich verschiedene Aspekte. Also es gibt sozusagen den Verwaltungsakt des Archivierens, also im Sinne von, wir müssen die Daten erhalten, wir müssen sie überliefern, wir müssen sie zugänglich machen. Es gibt den technischen Akt, also es gibt eine Technologie, die auch bestimmte Rahmenbedingungen schafft, wie eben digitalisiert werden kann. Die ist wenig reflektiert, weil das sind einfach Praktiken, die haben sich ergeben. Aber wir müssen in der Zwischenschicht sozusagen einen kuratorischen Akt haben und dieser kuratorische Akt muss diese beiden Akte miteinander verbinden. Und zwar auf eine reflektierte Art und Weise. Und ich denke, dieses Bewusstsein ist noch zu wenig vorhanden. Da drängt sich gleich die Frage an Frau Müller auf, ist es nicht genau das, was ihre tägliche Arbeit ist, diesen Prozess der Digitalisierung mit dem, was der auch bedeutet, auch an Bedeutung an möglichem Verlust oder Interpretation des Ausgangsmaterials zu durchdringen. Und inwieweit kann Filmerbe, so wie wir das aus dem 35mm-Film kennen, hier von der Videokunst auch lernen? Ja, theoretisch müsste ich das so machen. Ja, theoretisch, weil ja die Videokunst auch schon lang aus, also die Geräte sind schon lang ausgestorben, die Bänder sind schon kaputt und sogar das Format 4 zu 3 ist obsolet. Also wir waren auch 2004, als wir das Labor eröffnet haben, war das Medium schon komplett ausgestorben. Aber der Selektionsprozess in der Kunst ist noch viel härter, viel härter, als in einem Archiv, das systematisch sammelt. Das heißt, wir können im Prinzip nur restaurieren, was tatsächlich sofort durch den Ausstellungsbetrieb evaluiert wird. Und wir haben für die Restaurierung der Videokunst nur das Budget zur Verfügung, das im Prinzip für die Ausstellungen und für die Kataloge zur Verfügung steht. Also immer projektgebunden. Und natürlich wird es an den Universitäten so gelehrt, dass man eigentlich die ganzen materiellen Vorbedingungen, die Dokumentationen und alles, müsste man mit jedem Werk miterfassen und auch dieses große Wort Metadata und bevor jetzt das Video überhaupt digital abgelegt wird, müsste ja die ganze Information schon vorliegen und korrekt sein. Und genau das lässt sich ja auch im Museumsbetrieb schon gar nicht realisieren. Im Prinzip, was gelehrt wird an der Universität, das ist die Theorie und das Museum ist die Kunstfabrik. Und gerade Peter Weibel, unser Direktor, liebt es enzyklopädische Ausstellungen zu machen. In jeder Ausstellung, da werden nicht nur fünf Videokunstwerke gezeigt, da werden 50 oder 200 Videos in jeder Ausstellung gezeigt, an Terminals, wo man sich noch selber durchnavigieren kann. Wie könnte man denn für jedes Video die komplette Information gleich mitarchivieren? Es ist quasi, das ZKM ist sozusagen der reale Betrieb, die Produktion, die Fabrik und die Theorie, die ist überhaupt nicht realisierbar. Vor allem würde ich gerne sagen, das ist gar kein, ich stimme Ihnen mit Ihren Forderungen prinzipiell überein, aber es ist keine Frage von digital oder analog. Denn auch bei der analogen Umkopierung müsste all das nämlich genau mit transportiert werden und das dürfte in den meisten Fällen auch nicht der Fall sein. Darf ich dazu gleich was sagen? Also bei den analogen Umkopierungen, da haben wir in der Tat ein riesiges Problem, weil natürlich die analogen Sicherungselemente eben die Ausgangsmaterialien auch ungenügend abbilden. Also wir haben, wenn wir zum Beispiel, nehmen wir ein chromogenes Element von einem Gaspar-Color-Film, dieses chromogene Element ist gar nicht in der Lage, diesen Gaspar-Color-Film abzubilden, weil der Gaspar-Color-Film eine ganz eigene Ästhetik hat und die ließ sich nicht übertragen, auch in analoge Sicherungsstücke. Also da gebe ich Ihnen total recht. Da gibt es gar keine Diskussion. Also ich glaube sogar, dass wir mit den digitalen Mitteln im Grunde genommen umfassender abbilden können als noch zuvor mit den analogen Mitteln. Also das ist auf jeden Fall eine Chance. Ich gebe auch Ihnen recht, dass natürlich, also mein Hasswort der letzten Jahre ist ja pragmatisch. Wir müssen pragmatische Lösungen finden. Pragmatisch heißt in der Regel, dass wir viele Dinge, die wir machen müssten, wegschneiden, weil sie sich meistens aus finanziellen Gründen nicht machen lassen oder eben aus Gründen der Ressourcen, auch der personellen Ressourcen. Ich denke, im Kulturbetrieb müssen wir verschiedene Schienen fahren und die müssen wir alle gleichzeitig fahren, weil wenn wir zuerst eine Schiene machen und danach die nächste Schiene in Angriff nehmen, sind wir immer zu spät. Das heißt, wir müssen ein politisches Bewusstsein schaffen für die Desilitate, die wir haben und die können wir nicht genug hoch ansetzen. Also ich bin da durchaus, ich verteidige da meinen Idealismus, dass ich sage, wir müssen sehr, sehr idealistisch sein, wir müssen sehr hohe Forderungen stellen, wir müssen ein sehr hohes Ideal anstreben, wir müssen parallel dazu lobbyieren, was das Zeug hält. Also alle anderen Bereiche in der Gesellschaft lobbyieren und wenn wir aus der Kultur heraus nicht lobbyieren und wirklich Woche für Woche bei den Politikern aufschlagen und sagen, das sind die Absichten, das sind die Ziele, das ist das, was wir machen müssen, dann haben wir keine Chance. Und zum Beispiel, das ist das, was gemacht worden ist mit dem sehr zukunftsweisenden Modell in Holland, in den Niederlanden, wo wirklich 150 Millionen Euro zur Verfügung standen, um eben den Bestand zu digitalisieren. Da sind sieben Jahre Lobbying hineingeflossen, um diese Mittel locker zu machen und ein solches großes Projekt zu starten. Gleichzeitig müssen wir, und das ist das, wofür ich hier bin, eigentlich auch als Filmmissenschaftlerin, als Forscherin, wir müssen eine ganz andere Grundlagenforschung machen, eben auch aus technischer und filmwissenschaftlicher Sicht, dass wir diese Prozesse besser aufgleisen können, dass wir zum Beispiel dafür sorgen, dass Scanner gebaut werden, und das mache ich jetzt auch, dass Scanner gebaut werden, die eben viel, viel umfassender diese Filme erfassen und nicht einfach eine Technologie übernehmen, die in einem ganz anderen Anwendungsbereich entstanden ist und im Grunde genommen ungenügend ist für die Digitalisierung von historischen Filmen. Wir müssen Verwaltungsakte, was sie machen, also wir müssen alle diese Schienen bedienen gleichzeitig. Ja, ich weiß, ich bin sehr idealistisch, ich werde dafür sofort natürlich angegriffen, aber ich glaube, wir müssen idealistisch sein und ich komme noch auf den vierten Punkt zurück und das ist das Wissen über die Behandlung und das fand ich bei Ihnen sehr schön, also das sieht man ja bei der Videokunst sehr schön, dass eben, wenn wir das wissen, wir müssen nicht nur die Maschinen haben, sondern wir müssen auch das Wissen haben, wie wir diese Maschinen bedienen müssen und wie wir das Beste aus den Maschinen herausholen. Und das ist ein Ökosystem. Also Sie und Ihre Maschinen, das ist ein Ökosystem, oder? Und diese Ökosysteme müssen wir erhalten. Dann, da hier ein großer Konsens auszubrechen droht, möchte ich jetzt doch mal Ihre Gedanken mal einfach nur folgerichtig weiterführen. Und wenn Sie sagen, wir müssen mehr Energie darauf richten, zu sagen, was heißt das überhaupt, digitalisieren? Was heißt das für den Film, für die Information auf dem Film? Was geht verloren? Das ist im Übrigen keine neue Frage, weil das war bei Umkopierungen auch schon so und das ist bei der Videokunst auch so. Ist es dann nicht ganz richtig, wenn das Bundesarchiv seine Kopierstrecke stilllegt und alle Energie darauf setzt, genau das zu tun, also auf die Digitalisierung zu verstehen, was damit passiert? Würden Sie als Präsidentin des Bundesarchivs auch die Kopierstrecke schließen? Ich bin zum Glück nicht die Präsidentin. Genau, ich muss nicht pragmatisch sein, ich muss sehr pragmatisch sein. Ich kann Ihnen ganz viel davon erzählen. Also bei uns in der Universität geht es auch nicht immer so idealistisch zu und her. Also ich würde sagen, also eben, ich komme zurück auf die Idee des Ökosystems. Also das Problem ist meines Erachtens schon, wenn wir natürlich solche Infrastrukturen abbauen, dass eben nicht nur die Infrastruktur verloren geht, sondern auch das damit verkoppelte Wissen. Und wir haben nun die Situation in vielen Ländern, dass, also auch jetzt in Österreich, dass dann eben wieder Film Preservation Centers aufgebaut werden, wo wieder genau Labore wieder installiert werden, wo wieder Leute gesucht werden, die diese Labore bedienen können, die das Know-how haben, noch mit den analogen Materialien, die wissen, wie man einen Film belichtet, wie man ihn kopiert und so weiter und so fort. Dieses Wissen brauchen wir auch. Und wir haben zum Beispiel Workflows getestet, wo wir Dinge zuerst umkopiert haben. Und das muss man sehr oft machen. Also ich kann sehr oft Filme nicht durch den Scanner schicken, weil er zum Beispiel mechanisch auch zu belastet ist. Und ich muss ihn erst umkopieren, analog, um ihn danach zu scannen. Und es gibt sogar dann eben auch bessere Resultate. Also erstaunlicherweise, weil es wurde auch in dem Film gesagt, also in dem ersten Film, Cinema Futures, den wir gesehen haben, dass ja bei jeder Umkopierung das ein Generationenverlust ist, dass wir verlieren Informationen. Aber gleichzeitig sagt mir meine Erfahrung auch ein bisschen was anderes. Also wenn man das sehr gut macht, dann kann man auch Informationen gewinnen, die man eben im Scan-Vorgang nicht in der Form erhalten kann. Also bottom line, es geht darum, eine Technologie und ein Know-how zu erhalten. Es gibt aber auch Workflows, die es einfach erfordern, dass man analog arbeitet und dass man Dinge auf analoges Material zum Beispiel kopiert, umkopiert oder erhält. Herr Dr. Hollmann, könnten Sie dem denn zustimmen? Wir brauchen so sehr, dass Digitale die Zukunft ist, brauchen wir sozusagen eine Art Annex-Kompetenz in der analogen Filmkopierung. Und dafür brauchen wir ein Know-how bestimmter technischen Fertigkeiten. Und es ist wichtig, dass wir die erhalten. Das ist noch eine ganz andere Frage, ob wir dafür ein ganzes Kopierwerk erhalten müssen. Aber dass diese Kompetenz erhalten werden muss, dann würden Sie doch sicher auch zustimmen, oder? Also zunächst mal, wenn wir schon von Hasswörtern sprechen, immer als Technokrat und Bürokrat etikettiert zu werden, hat in diesem Kontext etwas Kränkendes, wenn ich das mal so deutlich sagen darf. Denn das, was wir tun im Archiv oder was auch Bibliotheken oder auch die Kollegen in Karlsruhe tun, wird damit zu etwas herabgewürdigt, sage ich mal. Also eine Art serieller Akt dessen, was wir da irgendwie haben, irgendwie zu sichern und irgendwas damit zu machen, damit wir was damit gemacht haben. Wir haben gar keine Chance. Und es tut mir leid, Sie quälen zu müssen, aber ich muss pragmatisch sein. Denn es ist am Ende die Institution, die gescholten wird, wenn das passiert, was im ersten Film immer wieder gezeigt wurde, nämlich, dass die Filme nachher unter dem Zugang vollständig entzogen sind, weil sie sich ihrer Existenz vollständig entzogen haben. Und das heißt, wir gehen hier einen Mittelweg. Ja, in der Tat, wir machen hier Kompromisse. Und diese Kompromisse vertrete ich sehr gut. Oder ich kann sie, glaube ich, sehr gut vertreten. Ich kann sie zumindest mit meinem Gewissen sehr gut vereinbaren, weil ich genau weiß, dass, wir haben es mal ausgerechnet, wir haben jetzt ein Gutachten, wir bräuchten für, nur die Filme, die im Bundesarchiv liegen, 580 Millionen Euro, um sie zu digitalisieren. Nur um sie zu digitalisieren. Wir haben dann über viele, viele andere Dinge, die damit zusammenkommen, noch gar nicht gesprochen. Und Sie wissen so gut wie ich, dass, ja, ich bin ein Verwaltungsmensch, weil das Bundesarchiv nur eine Verwaltung ist, dass ich da in Mechanismen eingebaut bin, wie Sie in der Universität auch, niederzuführen werden, dass man uns diese Mittel zur Verfügung stellt. Das heißt, für mich gibt es nur eine Chance, anfangen. Und dieses Anfangen besteht für mich im Moment darin, die Mittel, die Ressourcen, die wir haben, zu konzentrieren. Und das, was wir glauben, auf jeden Fall tun zu müssen, neben dem Originalerhalt, nämlich die digitale Sicherung zu beginnen und in diesem Prozess auch die Erfahrungen zu erwerben. Ich bin völlig mit Ihnen einer Meinung, dass das wichtig ist. Aber ich bin genauso skeptisch, wie ich mit Ihnen an dieser Stelle einer Meinung bin, dass wir nicht nur bald keinen Film mehr haben werden. Es wurde eben nur fokussiert auf das Thema, wie lange stellt Kodak noch Filme her. Es wurde ja nicht davon gesprochen, wie lange gibt es noch feinmechanische Werke, die Kopierwerke bauen und so weiter und so weiter. Ich glaube nicht, dass wir es uns leisten können, hier zweispurig zu verfahren. Und wenn wir es könnten, wenn wir es uns leisten könnten, ja, im Himmel, warum denn nicht, ja? Aber ich habe hier zu wählen und ich muss hier pragmatisch sein und denn sonst riskiere ich ein Stück Zukunft und es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, was Sie dann jemanden meiner Profession vorhalten können, als die Sache für die Zukunft ganz verloren gegeben zu haben. Darf ich da kurz eine Zwischenfrage stellen? Also wie sieht es denn aus? Also was tun Sie denn aktuell auch, um eben diesen Digitalisierungsprozess zu optimieren? Also auf welche Ansätze schützen Sie sich da oder wie gehen Sie da vor? Geben Sie die Elemente irgendwo hin und dort werden Sie digitalisiert? Bauen Sie Ihre eigene Infrastruktur auf zur Digitalisierung? Wir werden jetzt eine eigene Infrastruktur aufbauen, wobei das Problem darin besteht, dass diese eigene Infrastruktur bei 150.000 Filmen auf 1,2 Millionen Rollen nur einen sehr begrenzten Durchsatz haben wird und wir darauf angewiesen sein werden. im großen Maßstab das zu nutzen, was die ja auch schon im Rückgang befindliche Digitalisierungswirtschaft uns an Ressourcen zur Verfügung stellen kann. Aber da kann man nur lernen beim Tun. Eine Frage noch an Frau Müller. Apropos zweispurig. Ich meine, was machen Sie mit den Ausgangsmaterialien, wenn Sie all das getan haben, was Sie beschrieben haben und das digitalisiert und auf LTO-Tapes geschrieben wurden, werden die behalten? Und wenn ja, werden die auch noch sozusagen mit Sorgfalt behalten? das Loblied des Originals, dessen Gesang ich nun Herrn Hollmann leider vergelt habe. Singen Sie das auch oder sagen Sie, in dem Moment, wo wir diesen Prozess abgeschlossen kriegen, kann das kassiert werden? Ja, das ZKM war ja ohnehin ein Experiment, das jetzt 20 Jahre lang Kunst produziert und gezeigt hat, die schon von vornherein zum Verschwinden konzipiert wurde, nämlich von der elektronischen Industrie. Und alle Medienkünstler haben immer in Abhängigkeit von industriellen Produkten gearbeitet, die eigentlich immer schnell auch obsolet werden sollten, damit eben die elektronische Industrie ihren Markt weiter bestellen kann. Und das ist ungefähr, was man heute mit den mobilen Telefonen erlebt, dass alle Jahre oder alle zwei Jahre was Neues rauskommt. Und wie jetzt auch in dem Film erwähnt wurde, wir haben aber jetzt diese Sammlung, die wir 20 Jahre lang produziert haben und haben uns damit abgefunden, dass wir früher oder später keins der Werke eventuell mehr zeigen können, wie es damals war. weil die ganzen Bauteile, die ganze Software, die Computerstücke, also die Computeranlagen, die da zu dem interaktiven Werk gehören, das kann man überhaupt nicht mehr rekonstruieren. Und es ist gang und gäbe, dass man dann ganze Teile der Installation erneuert durch moderne Technik, sodass irgendwann eigentlich nur noch eine Dokumentation dessen zu sehen ist im Museum, was damals schon gemacht wurde. aber das kann schon jetzt, schon heute nicht mehr das Original sein. Und mit den Videotapes im Speziellen ist es eben auch so, dadurch, dass die Kunst sehr selektiv, aber dadurch auch sehr exklusiv ist, würden wir natürlich niemals zum Beispiel dieses Kameratape vernichten, wo Josef Beuys Original drauf gefilmt wurde. Selbst wenn man es irgendwann gar nicht mehr abspielen kann, dann wird es noch in irgendeiner Vitrine liegen, als Reliquie dessen, was damals schon dokumentiert wurde. Und dieser Selektionsprozess, der ist zwar streng, aber er sorgt dafür, dass das Was gerettet wird, dass es immer wichtiger und wichtiger wird, weil je dünner natürlich die Sammlung wird und sie dünnt aus, desto wichtiger werden die Werke halt, auf die man sich konzentriert. Und das ist leider halt nicht so umgehen, weil die ganze Maschinerie der elektronischen Industrie von vornherein so konzipiert wurde. Ich wollte doch dem Publikum Gelegenheit geben, ob es auch aus dem Publikum noch Fragen oder Meinungen gibt, da ich weiß, dass die Unterschiede, die hier zum Tragen kommen, also die Digitalisierung des audiovisuellen Erbes muss kommen und es ist mehr oder minder eine Frage, wie reflektiert oder wie viel Energie man in die Reflektion dieses Prozesses stecken will, kann oder soll oder muss, dass es da aber auch noch ganz andere Meinungen zu gibt, deshalb die Frage, gibt es Fragen aus dem Publikum? Es wäre eine Frage an Herrn Holmann, wann wird diese Kopierstrecke geschlossen oder ist die schon geschlossen und was kostet der Betrieb? Das ist jetzt schwer zu sagen, was die Kosten angeht, aber zuerst mal zur Schließung, wir haben im Moment zwei Kopierstrecken, von denen die eine in Koblenz schon seit vielen Jahren eigentlich für die Schließung vorgesehen war, weil sie uns sehr schwer fällt und das andere Kopierwerk in Hoppegarten werden wir bald schließen, wobei ich Ihnen jetzt genau nicht sagen kann, wie bald das sein wird, nicht zuletzt, weil wir selber noch Rohfilme und all diese Dinge haben, wir werden das jetzt noch aufbrauchen, was wir an Materialien noch haben, aber wir werden das bald tun. Was die Kosten angeht, muss man vielleicht ein klein wenig weiter ausholen, ich will Sie jetzt nicht langweilen, aber es ist nicht nur, sind es die reinen Kosten des Kopierwerks, es ist vor allem die Möglichkeit, ein deutsches Kopierwerk auszulasten, also selbst im besten Bemühen, dieses Kopierwerk zu betreiben, läuft das bei uns mehr als die halbe Zeit nicht, weil man es nicht mal nach Lieben anwerfen und wieder zurückfahren kann, sondern der ganze Prozess von der Anrühren der Chemie bis hin zum Entwickeln ist so komplex und so teuer, dass man es sich nicht leisten kann, da halbe Sachen zu machen, da muss immer sehr viel zusammenkommen, bis man das abarbeiten kann. Der größte Teil der Kosten besteht im Übrigen in den Arbeiten, die vorbereitend vor einer Umgruppierung, egal ob sie digital oder analog ist. Mir ist nur ein einziger Punkt noch mal wichtig, was die Kosten angeht. Es wird immer so getan, als seien die Magazine, die wir haben, EDA-Kosten, die sind ja EDA und das macht ja dann gar nichts und es werden dann nur die Kosten für die digitale Speicherung hochgerechnet. Allein ein Sicherungspaket bisher hat dazu geführt, dass jeder gesicherte Film unseren Bestand an Filmen vervierfacht hat. Und wenn man das, was das Eastman Institut macht, die Filme auch noch, also jede Rolle wird ja dann durch zwei Sicherungsrollen in eine weitere und es gibt dann noch ein Videostück oder etwas und wenn man es dann noch macht, wie das Eastman Institut, die Dinge auf Schwarz-Weiß-Filme auseinander zu nehmen, dann wird ja eine Filmrolle nachher alleine bei der einfachen Sicherung in drei Filme noch, weil sie ja für Rot-Grün und Blau jeweils eine Filmrolle noch mal haben und damit gehen dann, wenn sie es auch noch doppelt sichern wollen, gehen die Bestände, die sie lagern müssen, exponentiell in die Höhe. Das ist etwas, was nie vorgerechnet wird, was aber ein enormer Kostenfaktor ist, nicht zuletzt nachdem die Bundesrepublik die BIMA erfunden hat und wir selber unsere eigenen Magazine, die wir früher besaßen, heute mieten müssen und wir einen höheren Millionenbetrag jedes Jahr allein in die Miete von Magazinen hineinstecken müssen. Also es ist sehr, sehr schwierig, das genau zu beziffern. Wichtig wäre aber, wenn die Randbedingungen insgesamt stimmen würden und weiterhin garantiert wäre, dass es Filme, Chemie und auch Apparaturen gibt, dass solche Zentren auch vollständig und ich hätte mal gesagt, rund um die Uhr ausgenutzt werden, damit sich solche Investitionen zurück, damit sie sich wirklich lohnen, damit man das auch nutzen kann und das können wir, selbst wir als Bundesarchiv können das nicht. Noch Fragen aus dem Publikum? Ja. Ich werde Michael Palm, ich bin der Regisseur des Kurzfilms, der zuvor gelaufen ist, ich werde das Gefühl nicht los, dass mir ein bisschen das Bekenntnis fehlt, dass von pragmatischen Rahmenbedingungen die Rede ist, wir können nicht und was soll man machen, mir fehlt ein bisschen die Erklärung sozusagen, einerseits was medienspezifische Langzeitstrategien betrifft, also Film auf Film sichern, ja geht nicht, weil die Kopierstrecke schließt, ja was sollen wir machen, da gibt es unterschiedliche Positionen dazu, das weiß ich aus der Recherche, das weiß ich aus meinen Dreharbeiten, Frau Flückigem ist klar, dass im Umkopierungsprozess die kleinen Icons, die Kodak im Jahr 1924 auf das Original Negativ aufgebracht hat, meistens nicht mitkopiert werden, auch dieser Prozess ist verlustbehaftet, das ist klar, manchmal Chance kommt auf die Kopierverfahren an, was ich sagen will ist einfach, dass wenn wir jetzt über die Digitalisierung des analogen Films reden, immer so getan wird, ich werde das Gefühl einfach nicht los, auch nicht in dieser Podiumsdiskussion jetzt, dass die Sache damit erledigt ist, so als ob es eine Studie der Digital Dilemma nie gegeben hätte, aus dem Jahr 2005 von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, wo vorgerechnet wird, die Langzeitsicherung von Film auf Film respektive von Film auf digitalen Trägermedien. Mir ist klar, dieses Verhältnis in der Studie ist die Rede von Kosten, reinen Kosten und Durchrechnungszeitraum, weiß ich jetzt nicht mehr, 20 Jahre, dass es Film auf Film zu sichern ein Zehntel ungefähr billiger ist, als Film langfristig digital inklusive aller Migrationsstrategien zu sichern. Mir ist vollkommen klar, diese Zahl ist überzogen, sie ist auch in der Community großer Kritik unterzogen werden, aber dann skalieren wir es halt runter, sagen wir halt 1 zu 5. Also jetzt wird aber wieder so getan, als ob quasi die ganze Geschichte beim Digitalisat stoppt und das legt man dann irgendwie ins Regal und das ist für die nächsten 100 Jahre irgendwie gesichert. Das ist glaube ich der erste Mythos, der nicht auszutreiben ist und der andere Mythos ist der, dass in der ganzen Frage der Konversion von analog auf digital immer so geht, da wird sozusagen das Bild oder der Film oder das Medium sozusagen auf Information reduziert. Frau Flückiger, Sie haben aus meiner Sicht vollkommen richtig angesprochen, dass die ganzen Scan-Prozesse immer Reduktionen sind, also dass die jetzt unter rein archivarischen Gesichtspunkten eigentlich mangelhaft sind. Ich glaube, so kann man das einmal so sicher sagen. Es gibt auch verschiedene Rechnungen, wo dann 4K, das kommt irgendwie hin und sagen, man bräuchte 8K und und und. Gleichwohl frage ich mich immer wieder, warum einige Archive dieser Welt, Filmarchive dieser Welt nicht stärker Druck machen, dass Film auf Film gesichert wird. Mir kommt oft vor, das liegt daran, weil es dazu eigentlich keinen wirklichen Plan gibt oder weil es auch kein Bekenntnis dazu gibt, sondern das Ganze im Pragmatismus endet, dass auch keine politische Lobbyarbeit betrieben wird oder überhaupt das Verständnis geschärft wird, die Unterschiedlichkeit und die Materialität in Bezug auf beide Medien und ich sage das bewusst deswegen, weil ich nicht das eine gegen das andere ausspielen will, sondern eigentlich für die Koexistenz beider plädiere, warum das sozusagen immer so argumentiert wird, das ist der Weg, der führt, alles führt ins Digitale hin und dann ist das schon irgendwie für die Ewigkeit mehr oder weniger geritzt, die Sache. Jetzt habe ich wieder lange geredet, ich mache lange Filme. Eine doppelte Frage, ich will jetzt die erste auch an Herrn Hollmann wenden, der ja angesprochen wird, also können wir uns digital überhaupt leisten? Wir wissen alle, es geht nicht darum, das einmal zu machen das Band ins Regal zu legen, sondern digitale Langzeitarchivierung ist durchaus teuer. Ob die Zahlen aus dem Digital Dilemma heute noch stimmen, das ist sicherlich zweifelhaft, aber dass es Geld kostet, stimmt und ist es zu teuer oder ist es doch auf die lange Sicht billiger? Also jetzt muss ich es mal ganz deutlich sagen, wenn wir jetzt wieder auf den Begriff der Erbschaft zurückkommen, zum Bild der Erbschaft und des kulturellen Erbes gehört, dass jemand etwas vererbt und es gehört dazu, dass jemand eine Erbschaft annimmt. Man muss ganz deutlich sagen, dass diese Gesellschaft und das hat jetzt mit Regierung oder einem Ministerium nichts zu tun, sondern dass diese Gesellschaft nicht bereit ist, das Erbe anzunehmen, das ihr schon aus den letzten 100 Jahren zugewachsen ist, sonst würde sie die Gedächtnisinstitutionen, die, ich denke mal, nicht ganz ruhig sind und nie darauf hinweisen, was wir eigentlich brauchen, sonst würde sie sie anders ausstatten. Das mal ganz deutlich. Und wenn ich sehe, worum wir zanken müssen, wenn es um Magazine geht oder wenn es um unsere Grundausstattungen geht und wir immer wieder hinter anderen Dingen, die publikumswirksamer zurückfallen, dann werden sie feststellen müssen, es ist schwierig, als Institutionen, die ein Stück weit immer Backoffice sind für Kunst, für Wissenschaft, für Öffentlichkeit, dass die immer große Schwierigkeiten haben, Geld, Mittel, insbesondere wenn es um neue Dinge geht, zu akquirieren. Was das Bekenntnis angeht, es ist natürlich schwierig, sie haben ja auch keine Lösung angeboten, sondern sie haben eigentlich Aporien aufgebaut, die klar machen, eigentlich wissen wir gar nicht, in welche Richtung wir gehen, aber eins geht für mich nicht, dass wir stehen bleiben, sondern wir müssen versuchen, zumindest in der Richtung, die uns im Moment auch die wirtschaftlichere erscheint, also ich glaube an diese Rechnung aus dem Jahre 2005, lässt sich so lange schon nicht mehr aufrechterhalten, dass wir etwas tun müssen, wir reden ja auch schon lange nicht mehr davon, dass wir einfach ein digitales Medium, eine DVD oder irgendetwas machen, sondern digitale Archivierung ist ein Prozess, damit ist das Konzept des Archivierens vollständig anders als das, was wir noch vor 10, 15 Jahren selbst für elektronische, für genuin elektronische Unterlagen gedacht haben, sondern elektronische Medien, ob das jetzt genuin elektronisches Archivgut ist, die meisten der Filme, die wir heute ins Bundesarchiv bekommen, sind ja ohnehin schon genuin digital, aber auch die Digitalisate werden bei uns in einem System gesichert, bei dem sich die Frage der Haltbarkeit des Mediums gar nicht mehr stellt, weil es ohnehin ein laufender Prozess ist, in dem mehrfach redundant diese Medien dann gesichert werden. Also von daher ganz konzeptionslos sind wir nicht, dass es dabei Qualitätsverluste gibt, ja in der Tat, aber selbst die Kolleginnen und Kollegen auch der Presse, die uns jetzt immer den Barbara-Stollen als Sicherungsobjekt vorhalten, vergessen dann nur zu gerne, dass auf den Barbara-Stollen Schwarz-Weiß-Filme oder Halbton-Filme auch von Farbgemälden abgelegt werden und wenn das kein Qualitätsverlust ist, dann weiß ich es nicht. Aber das sind die Kompromisse, die die Öffentlichkeit, wenn es um die Sicherung und die Annahme des kulturellen Erbes angeht, bereit ist einzugehen, zu Lasten der Institutionen, die eigentlich die Aufgabe haben, die Dinge möglichst gut und möglichst verlustfrei, um es jetzt technisch zu sagen, auch für eine Zukunft zu retten. Also wenn ich einen Film mache, wäre, würde ich auf jeden Fall meinen Film analog sichern, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich einfach schon denke, wir sind im Moment in einem Zwischenstadion und was Sie gesagt haben gerade, die Videowelt zeigt uns das sehr schön, was auch jetzt in der digitalen Welt passiert, nämlich, dass wir halt, wenn wir von einer kommerziellen Industrie abhängen, eigentlich auch diesem Innovationszyklus, der sehr schnell ist, eben unterworfen sind und das eigentlich konträr ist zu allem, was wir brauchen, wenn wir sichern wollen. Also wenn wir langfristig sichern wollen, dann und uns eigentlich abhängig machen müssen von kommerziellen Angeboten, also seien das auch diese Roboter-Libraries, die haben relativ kurze Halbwertszeiten, also die werden uns nicht ewig erhalten bleiben und von daher ist es schon eigentlich ein Vorteil, wenn wir ein Medium haben, auf das wir etwas sichern können und wir können es ins Regal stellen und wir können es zumindest visuell noch zugänglich haben, also wenn wir eine Lampe haben, wir können drauf gucken, wie jemand gesagt hat, da in dem Film. Wie? Nein, natürlich nicht, aber Sie können mit relativ wenig Aufwand, also es ist mechanisch und optisch eine wirklich geringfügige Sache, einen Projektor zu bauen, also das ist einfach nicht so eine, also es ist einfach, das Material ist in einer anderen Art und Weise zugänglich, als wenn es digital enkodiert ist und man den digitalen Code braucht und man auch eben die digitale, also die digitalen Formate sind einem Wandel unterworfen, die digitalen Eckdaten sind einem Wandel unterworfen und die sind einfach in ein paar Jahren, sind diese Formate obsolet, ob wir das wollen oder nicht. Ich glaube jetzt langsam wird es spannend, aber jetzt muss ich im Grunde zum Ende kommen, denn die Zeit ist um, die Zeit ist um, jetzt wird es spannend, aber ich muss zum Ende kommen. Es ist noch Zeit, ich weiß nicht, das sagt sie jetzt, ich bin es gewohnt, meine Zeiten einzuhalten und der nächste Film soll ja beginnen. An Dorcas Müller nochmal die letzte Frage, haben Sie es nicht gut? Sie haben das Beste beider Welten, Sie digitalisieren, weil gar nichts anderes möglich ist und das auch von niemandem sozusagen deshalb in Frage gestellt werden kann und Sie haben immer noch die Möglichkeit, das Original als Reliquie zu bewahren. Ist das nicht vielleicht eine schöne Situation, in der Sie da sind? Ja, absolut. Also ich betreibe ja das, was Derrida gefordert hat, Leben im Archiv und das ist für mich auch wichtig, wenn es um die Förderungen geht, dass jetzt nicht immer nur kurze Projekte gefördert werden, sondern das Einzige, was hilft, wenn man Archive als Prozess begreift, ist, dass man natürlich die Menschen finanziert, die im Archiv leben und immer wieder was raustragen aus dem Archiv. Also ich praktiziere das, ich lebe im Archiv und opfere dann mein Leben am Tageslicht zum Beispiel dafür, aber ich beneide eigentlich den Film, weil der Film kann zumindest mit den aktuellen Formaten mithalten und 4 zu 3 Video ist jetzt ausgestiegen bei HDTV und zum Beispiel in der ersten Simpsons-Folge HDTV, also wo jetzt wirklich die ganze Staffel dann auf HDTV kam, da schrieb Bart Simpson an die Tafel als Strafarbeit, HDTV is worth every cent. Und ich kann mit 4 zu 3 Video an dem Markt gar nicht teilhaben, selbst wenn ich es wollte. Und da sehe ich eigentlich, für mich ist es dann eine Goldschurfer-Stimmung, wenn ich denke, Mensch, was man mit dem Film alles machen kann. Und ich mit meinem Video kann eigentlich, ich kann es nur im Museum zeigen, auf dem alten Röhrenmonitor, ganz schön langweilig. Also ich sehe da schon mehr Potenzial und mir würde es sicherlich auch Spass machen. Darf ich noch was sagen? Oder sind wir fertig? Jetzt die Schlussrunde und dann bitte ich, insofern, natürlich dürfen Sie noch etwas sagen, aber ich bitte Sie es als Schlusswort zu formulieren und danach, Herrn Dr. Hollmann, das letzte Wort zu lassen, auch wenn es spät ist. Einiges, was ich sagen möchte, ist, also clevere Filmemacher haben in den letzten Jahren auf 65 Millimeter gedreht und zwar sind Sie deswegen clever, weil dieses 65 Millimeter Material, das lässt sich in Zukunft vielfach scannen und es lässt sich immer neu scannen, weil dieses 65 Millimeter Material hat eine viel höhere Informationsdichte als jeder digitale Prozess, den wir im Moment eigentlich also in der Praxis sehen. Und ich denke, das ist ein Statement für den Film. Also ich glaube an den Film, ich finde den Film einfach auch ein wunderbares Material und ich glaube auch, dass der Film insofern Zukunft hat, als er eben auch ein sehr flexibles Medium ist. Ich würde mich freuen, wenn das so zutrifft und wenn wir uns in Zukunft darüber Gedanken machen müssen, wie wir mit beiden Welten parallel umgehen können, denn für mich gilt nach wie vor das Bekenntnis zum Digitalen auch und ich komme eigentlich von einer anderen Seite und vor allem als dem Medium, mit dem die Zugänglichkeit heutzutage nicht nur gegeben ist, sondern auch gefordert wird. Das ist eine, das, was die Gesellschaft von uns will, ist genau das und ich glaube schon, wir haben im Verhältnis zu den Katastrophen, die wir mit Musikkassetten und vielen Dingen hatten, die ein oder andere, das eine oder andere schon gelernt. Also auf dem Konto Lessons Learned steht schon einiges und ich glaube nicht, dass uns solche fundamentalen Prozesse nochmal drohen und wir wirklich in eine digitale Merovinger-Zeit hineinsteuern. Klar, es gibt Dinge, die sind verloren, da kann man nichts dran machen, weil aber auch niemand die Dynamik des digitalen Wandels in den 90er Jahren wirklich so auch nur annähernd eingeschätzt hätte, wie er eingetreten ist. Aber ich glaube, dass wir damit das Wichtigste tun, nämlich dieser Gesellschaft diese Werte zu erhalten und ich kann nur nochmal sagen, ich unterstütze das völlig, was Sie auch gefordert haben, dass nicht nur Politik, sondern dass diese Gesellschaft einen Wert darin sieht im Erhalt dieser Güter und das betrifft dann allerdings auch die Kulturschaffenden selbst. Das heißt, da würde ich doch nochmal ganz deutlich formulieren wollen, dass es auch daran liegt, dass wir auch im Archiv Filme nicht erst nach, egal ob analog oder digital, nach 40 Jahren bekommen, nachdem sie vorher auf dem Speicher rumgelegen haben, sondern dass die Aufgabe der Gedächtnisinstitutionen dadurch erleichtert wird, dass auch die Kreativen sehr früh diesen Aspekt mit einbeziehen und dann auch mit den Institutionen in einen Dialog treten. Vielen Dank. Die Zeit ist um. Vielen Dank. Vielen Dank.